Jetzt muss ich mich um dich kümmern dahinten. Ich hab doch einen gekauft. Okay, ich würd'n kriegen. Dankeschön. Fii-ra-la-la-la, fii-ra-la-la-la... Fii-ra-la-la-la-la-la... Jetzt hoffe man, dass hier nicht keiner mehr ist. Aber ich glaub nich. Interagieren... So. Genau. Okay, nicht in Kampf geraten. Wir dürfen wieder in Kampf gehen. Was muss man das hier mitnehmen? Da ist es. Okay. Wer ist er? Wer ist er? Na, kommt zu mir, kleiner Mann. War da ein Geräusch? Es muss einen Ausgang geben. Hilfe! Es muss einen Ausgang geben. Warum? Bürger! Zurück, Geister! Ach, renn doch nicht weg. Hilfe! Ziel verloren, was? Ich hätte gleich hinterher rennen müssen, oder was? Kann ich nicht. Moment. Moment. Moment, 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 Moment. Nein. Ah, shit. Nein, 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 nein. Hilfe! Verschwindet, Geist! Hilfe! Ich bin doch kein Geist, Mann. Ähm. ... ... ... Die Karte, Dom Porrier's Liste geraubter Relikte in der Klosterbibliothek. Das Manuskript mu- Alter, wir haben die Laterne anlassen. Muss mit drauf sein. Ah, okay. Habe ich irgendwo eine Behälteranzeige? Ah, okay. Da ist er. Zack, dankeschön. Untergehen wir mal. Da ist noch eine Schatztruhe. Ich wollte gerade sagen, ist das eine Bärenfall oder was? Ah, ein geheimer Eingang. Okay. Anzünden. Anzünden. Haben wir... Kohlebecken anzünden. Ist jetzt interessant. Halli... Okay, da unten. Ja. Da habe ich einen Schatz, aber da habe ich keinen Markt drauf, weil ich halt das Knacken nicht habe. Noch mal rein und raus. Guckt euch mal wie geil das an. Finde ich auf jeden Fall interessant. Hoch. Ja. Oder? Na, wo müssen wir lang? Da, 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 da. Hallo. Okay, ich bin aber in keinem Spähgebiet, ne? Geh zum Kloster. Aber noch Zeitungen, die wir lesen können, für mich aber nicht interessant. Ähm. Zwei Spitzen, okay. Ist auch noch dran, dann müsste ich eigentlich auch noch machen. Wo ist denn das Kloster? Was haben wir hier noch? Okay, dann eine Sehenswürdigkeit. Hm. Ist das Klo... Ist das Kloster gar nicht für mich markiert? Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal... Ja, wir gehen... Über das Dach. Wie halt immer. Dach ist die einfachste Option für alles. Gehen wir wieder... Okay, wir gehen wieder auf jeden Fall drauf zu. Versuch's einfach... Ja gut, ich hab jetzt ne Phantom-Klingen. Was hab ich alles verbraucht? Phantom-Klingen. Ein und zwei Berserker-Klingen. Okay. Naja. Und eine Rauchbombe. Ich würd gerne noch... Komm ich nochmal rein? Geht. Ich würd das eine Ding noch gerne haben. Das ist... Oh sit, da. Würde ich mir gerne noch holen. Das ist auf jeden Fall ne Mitte, tipp ich mal. Nee. Nee, hab ich kein... Ehrlich gesagt keine Zeit zu. Ich würd das Ding da hinten haben. Wenn ich schon hier oben bin... Dann kann ich's mir aber immer holen. Und dann kann ich mich jetzt ums Ziel kümmern. Und dann wohl hoffen, dass es auch noch zu den anderen drei Dingern geht hier. Weil das würd ich doch gerne alles einsammeln. Wenn wir doch hier einen... Schwung davon haben. So. Okay. Okay. Haben wir irgendwo... Da ist ein Ding zum reinspringen. Da ist ein Ding. Da ist ein Ding. So. Der sitzt da, der sitzt da, der sitzt da. Komm ich da ohne irgendwas hin? Ne. Ich kann aber... Glaub ich hier hoch, ja. Dann können wir nämlich noch ein Stück weiter wieder da hin. Scharfschützen. Die will ich als erstes haben. Keiner was gemerkt. Super. Okay. Ihr könnt natürlich mal um die... Kämpfen. Ah, hier haben wir so'n... Kleingelben Schatz. Öffne doch bitte. Hallo. Öffnen. Danke. Geld ist immer gut. Ja. Na komm. Mach mal eben schnell hier. Hilfe. Okay. Hört mal das auch. Ich muss ja eben was gucken hier. Hört mal das auch. Das ist ja eben was gucken hier. Pfff. 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 Er hat uns wohl diesen kleinen Gefallen getan. So, ich muss erstmal richtig lange niesen, ich habe in der Zeit ein bisschen weiter gelaufen. Ich habe mir das Ding davon angesammelt und überlegt, wie wir weiterkommen. Wir haben noch ein Ziel eigentlich, aber ich muss eigentlich nur weiter rein. Vielleicht kommen da so auf jeden Fall noch die Dinger. Drei Punkte haben wir. Schleichen, das war vier, ne? Ja, vier, definitiv. Luftattentat oder Attentat? Ich würde Luft nehmen sogar. Die Frage, wie gehen wir weiter? Er hat überlegt, da hinten lang zu gehen. Guck, der hätte man schon wieder Luftattentat machen können. Gut, gehen wir halt durch die Bäume. Und mir ist auch eingefallen, welche aus das die mir gefehlt hat, Edward und Connor. Die sind mir nicht eingefallen, prompt. Edward war ja Edward Kenway im Baum im Wald. Boah, ich glaube, ich werde krank. Ich muss mal eben nochmal niesen, in meinem Moment. Ich werde krank. Und Hermann aus dem Baum.